Wir stellen uns eine Zukunft vor. Und unsere Vorstellungen schockieren uns. Aber sie werden sie erst fürchten, wenn sie sie verstehen. Und sie werden sie erst verstehen, wenn sie sie einsetzen. Mit Theorie kommt man da nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber wir haben keine Wahl. Wird irgendjemand... ...jemals... ...die Wahrheit darüber erzählen... ...was hier passiert. Jetzt. Ich werde es nicht mehr in die Bedeutung des Kinos. Es ist wie oben ein encanta. Ich finde es nicht mehr in die Bedeutung des Kinos. Ich werde es nicht mehr in die Bedeutung des Kinos. Hier bin ich jetzt. Vielen Dank.